Hi, wir sind Olli und Robin von Prenote. Wir haben gemeinsam an KIT promodiert und möchten mit unseren Forschungsergebnissen Unternehmen helfen, künstliche Intelligenz oder kurz KI zu nutzen. Mit KI kann man Produkte und Services durch Features erweitern, wie zum Beispiel die Umsatzvorhersage im Verkauf oder die Diagnoseunterstützung für Ärzte. Nun braucht man für die Entwicklung von KI sehr viele Daten. Und diese Daten sind schützenswert. Deswegen liegen sie oft bei verschiedenen Organisationen oder Unternehmen in gesicherten Umgebungen. Und dieser schwert den Zugriff auf die Daten sehr und natürlich auch die Entwicklung von KI. Mit unserer Technologie kann man KI auf diesen verteilten, gesicherten Datenumgebungen entwickeln, ohne dass man jemals Daten offenbaren muss und den Datenschutz damit gefährdet. Wir freuen uns darauf, hier im Cyberlab unser Produkt weiterzuentwickeln und mit Unternehmen Pilotprojekte zu starten. Wenn das für Sie interessant ist, nehmen Sie gerne Kontakt auf.